Wusstest du schon, einige shurimanische Nomaden haben auf den Brücken der Domun gepanzerten Giganten das Land durchstreift, ganze Städte erreicht. Ich hab so keine Ahnung, wie ich mein Champion spiele, höh, wird bestimmt lustig. Ich hab so keine Ahnung, wie ich das Ganze verletze. Ich hab so keine Ahnung, wie ich meine Ahnung habe. Ich hab so keine Ahnung, wie ich meine Ahnung habe. Nein. 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 Ich bin so ernsthaft Lepto? Ich. Ja klar, warum nicht? Level im Griff da an, das ist frei. Kleptomanee ist doch mega genial. Ja, ich finde es auch gut. Ja, ich auch. Was macht es? Mhm, du kriegst schon mal wieder Items geschenkt. Echt? Mhm. Mal einen Keks, mal einen Heiltrank, mal ein bisschen Gold. Von wo? Also liegt das dann halt rum oder muss man jetzt einen Shop holen? Nee, direkt in deinem Inventar ist es drin. Was muss man dafür machen? Nichts, einfach nur warten. Das kommt mit der Zeit immer automatisch. Nee, du musst eine Fähigkeit einsetzen und danach ein Auto-Tag auf den Gegner machen. Dann hast du eine Chance, dass es kommt. Okay. Dass die da vom Kevin mal keinen Bären umbinden. Okay. Dann hast du ein Gang-Klänkst. Das geht nur schlichtweg wieder auf den Krieg mit deiner blöden Knarre. Ein gutes Leben geht auf sein. Hast du deinen Stun schon, Fahrex? Alles gut, alles gut. Gut. Der einzig wahre Tod. Okay. Yes, OC for Gallium. Das war's. 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 Die Links lieber Achtung ihr könnt vorher voll an den ran gehen Weil da wenn ihr nah dran sein kann der kann der gar nicht auf euch fliegen Du musst ganz nah ran Hansi Das wird das richtig wichtig Ah, fuck, scheiße, was ist das? Ja, warum sitzen wir mit Norben da oben? Weil die Hunden keine Chance hatten. Echt nicht? Ne, keine Ahnung. Es ist doch 1-1-1, das könnte nicht gelaufen sein da unten. Ähm. Ah, ich komm. Und auch nur eine Weile. Alter, weißt du, der killt mich halt auch mit 3 von seinen Schüssen instant. Was ist ein behinderer Drex-Champion? Ich könnte gerade jetzt nie mit einkaufen gehen. Was, Konchu? Ja, schon. Na, schon. Na, schon. Die Rune oder was weiß ich, wie man das jetzt nennt. Ja. Ja, da gibt's eine. Okay. Oh, Achtung, da ist der Chavan. Hat hier gewartet. Bin hier oder was? Ja, ja. Oh. Alter, das ist so ein gottsbehinderter Drex-Champion. Und wenn du kassierst deine Kugel direkt ins Gesicht oder der macht halt so eine Verlängerung mit seinen Raketen. Nein. Gut gejagt, lieber Wolf. Gut gejagt, lieber Wolf. Gut gejagt, lieber Wolf. Achtung, Philipp. Ja. Der will nicht gehen. Ah, fuck. Schau, Baby. Ach, Kevin. Puh. Das war knapp. Ja. Ich muss gleich wieder sagen. Fie Fie. Er hat so die Schuhe einfach so drauf. Ich glaub dem Wort, der macht den Schaden. Oh, Hansi, hast du Flasch? Oh ja, nein. Oh Gott. Hansi, das ist insane. Oh, der ist jetzt auch da. Ja. Weil die meisten jetzt halt momentan irgendwie versuchen irgendwo zu ganken. Schnee herabweilen. Schnee herabweilen. Schnee herabweilen. Hier wird es dazu bestimmt, den unseren zu kreuzen. Ja. Wenn du da will. Du bist ein bisschen schaden. Du bist ein bisschen schaden. Ja, ich bin. Das stimmt. Wie kann man denn so ein bisschen das nervige Champion, die so Typen da designen? Wie kann man denn so ein bisschen das machen? Wie kann man denn so ein bisschen das machen? Was?! Die Leblanc hat ihn? Alter, da ist kein Kack zu stoppen, Kack zu stoppen, Kack zu stoppen. Nein! Was?! Okay, das war bitter. Wir gehen gerade aber auch richtig hard down, oder? Fuck, was war denn das, wenn man nicht einen bekommen? Ja, die waren alle aber echt auch schon low, aber... Jetzt Ult, Parno! Wo ist dein Adds Plus? Alter, Ult war richtig gut gesetzt, ey. Direkt hinter Java Null. Da waren alle einfach. Aber die Ult ist halt auch nützlos. Ich weiß nicht, wie ich dich gut einsetze. Ist das alles? Jetzt machst du alle golden, gell? Ja. Ist das halt auch nützlos. Aber... Ich hab was... Ich hatte die noch nicht ein einziges Mal eingesetzt im Spiel. Hab gedacht, jetzt im Teamfight muss ich. Macht die Schaden, oder? Nee, die macht einfach nur, dass wir alle... Es ist wie so ein Team Sonias. Das ist echt nicht so ein Team. Die meiste Macht Guck, ob ich den Gangplank was machen kann Aber er macht so einen Schaden, ich zorn Und er muss ja nicht mal in die Grannen laufen Guck, Alter, jetzt hab ich ihn, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn Ich meine, wo ist Der war mein Ja, lass ihn mal, zwei Items Das ist so irrsinnig Bitter Egal, wir haben Philipp, der ist Late Game Ich bin Late, Alter, ich stehe Rei ein, obwohl ich übel von dem Typen vernascht wurde Weil er nicht mehr schlecht trinkt hier Krass, ich kann hier übel viele Items für Pump kaufen Ich kann hier einfach 300 Minus geben oder so Übel ok Klimasch cie doch vor der Leine, glaube ich Wo machst du denn um die Knut honour? Ai 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 das obwohl wir zweimal so unbesiegbarkeitsultis haben weil meine ulti macht uns auch unbesiegbar ich laufe da von hinten rein alter wir nehmen die presse da ist irgendwas falsch gelaufen falsche richtung gar leo egal ich hab gangplank gekillt ich kann nicht mehr mit dem alte mensch alles auf dem kauf ich hoffe ich muss nicht mehr kümmern bevor es los geht mach mal und überall oder tschüss wer auch immer da ist also hansinn ich leben mit noobs na hansinn defne ich brauche mich weg so jetzt habe ich kein mana mehr hätte ich fast gerettet um hansinn gar nicht nein Ja, ich bin still gestanden. Ich bin still gestanden. Nein. Wah. Wah. Ja, was denn da hoch geht. Ja, aber es lief nicht so wie ich geplant hatte. Das letzte ist, ich hab halt auch noch nie kapiert, was ich lohnt haben in, wie lange spielen wir das jetzt seit? Seit nicht, schon lange. Ja, aber ich hab nie kapiert, was die so genau macht. Ich weiß auch nicht, wo die hinhüpfen kann oder so. Überall. Hin und zurück. Kann sich umdrin killen. Ja, hol den. Wer denn überhaupt, wer ist denn da? Weiß nicht, Darius? Haben die einen Darius? Nein. Hehehe, fast haben sie, fast hätten wir ihn. Die spielen aber auch bloß die ganzen OP-Gems grad. Richtige Cap-Maps, die sonst noch scannen. Wir spielen halt was mit hohem Skill-Gap auch einfach. So, so hohen Skill, dass wir nicht mehr wissen, was unsere Champions können. Jawoll. Ich hab jetzt Hackstack Gunblade, hab ich. Oh fuck. Oh fuck. Hehehehe. Wie lange werden wir sonst auf der anderen Seite gehen? Oh. 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 BAM! Ich hab wieder Gegendlangen getötet! BAM!